ihr könnt auf uns zählen erst mal mehr bohrfohlen ich glaube es wird meine beste Runde bisher ja ich hab noch nie eine gute Runde geliefert oder ist es nicht so schwer mich zu übertrumpfen braucht man die was machen die was bringt die Baumeistergelde ja voll gut ne was bringt die Auslösung was bringt die Baumeistergelde ich ja der hat voll viel da hab ich vorhin geguckt stehle alter ich werde sowas von sterben bohr krass ist das Zeichen da steht doch Unterkünft hier hier ihr könnt auf uns zählen das Volk huldigt euch sein was soll ich denn bei dem anreifen was sind die besten Truppen wenn man sich kaufen sollte hier beim äh Dings es werden Rekruten benötigt sein Tobias sitzt da weißt du hat nichts mehr zu tun schau aber sag' ich mach' ich schau mal und war wenn ich so aber Wir benötigen mehr Steine. Wir benötigen mehr Steine. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Und mal Steine. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Ja, aber das ist schneller. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ja, und zeig dir mal diese vollen Kräutergeräte, dann arbeite ich. Ja, doch, ist ja wirklich so. Lol. Ist jetzt... Ja, nee, mach ich nicht. Das ist nur minimal. Minimal. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Äh, weiß ich nicht. Ich kann mich hier heute die Schwerter kaufen. Ich hab ja auch was gekauft. Ich hab nur geguckt. Das ist mir wieder. Weiß ich irgendwie so, dass wenn ich die Stelle abreißen und neu planten muss? Weiß ich irgendwie so? Jetzt muss ich das machen. Okay. Warum auch immer das so ist, ich mach's mal. Löschen. Weg. Tobi, jetzt lass dich weg. Steller. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Autospeicher. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Nein, schon, dass ihr das nicht... Ich würde sagen, alles vorbei. Na klar. Würde ich sagen, in fünf Schuhen. Ich bin nicht auf der Liste, da hab ich keine Abwehr. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Noch nicht. Ich bin nicht auf den Boden schütteln. Soll ich mal langsam eine anständige Mauer bauen? Bisschen früh, ne? Noch keine Wute. Ey, was? Hab ich schon mal truppen? Alter. Ja, eher. Alter. Käft ihr schon? Oh. Was? Wie viele sind das denn, bitte? Wer ist denn der weiße, der gelbe? Der gelbe? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Tim, glaub ich. Wer ist der orangenen Leon? Ich bin blau. Boah, ich hab dich da leer, du bist. Allein die Bogenschützen holen mich komplett. Leon tut mir irgendwie leid. Ja, hatte auch letztes Mal das Herz, ja. Und das auch nur, weil, weil sie wacht ja mit seinen Zewirken überall. Alle Opfer einspielen. Alter, wieviel er geschossen ist. Jetzt geh mal weiter runter, weiter runter. Nee, nee, ich muss doch umgehen. Ich hab grad kurz gesichert. Ja, Moment, ich wechsle euch wieder in die normale Sicht. Wurde grad ne Mauer planen. Kannst du einfach so machen. Ja, aber nee, hat grad irgendwie nicht funktioniert. Frag ich mich nicht darum. So, jetzt wieder normale Ansicht. Was, unten? Alter! Ja, genau! Alter! Ist meine Waffenkammer voll? Oh, meine Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden! Oh, meine Lebensmittelvorräte schwinden dahin? Ja? Ja? Ich hab Steine! Leon wird zu Steine! Wenn du was? Ja, Steine brauche ich ohne Ende. Wenn du was machst, Leon? Oh, ja. Okay. Was ist Überfüllung? Was ist Überfüllung? Was ist Überfüllung? Ich hab deine Häuser abgefackelt, da. Da hat er sich oben und dort seine Häuser außen. Alle auf dem Fleck. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Haus. Vielleicht muss ich jetzt Essen kaufen? Ich hab keinen Platz mehr, um Essen zu machen. Du hast eine Reuße. Nein? Ich hab den Boden nur jetzt halt Häuser. Vielen Dank! Weil das ist eher so, ja. Aber meine Wurfen noch eher nicht mehr. Aber meine Wurfen noch gleich... Es bleibt noch nicht mehr... Ich glaube, ich wäre schon tot. An deiner Stelle. Meine Wurfen... Meine Fessung ist ja doch relativ egal geworden. es werden rekruten benötigt sein steht zu diensten bin zur stelle es werden ich war noch mal Rüstungsschmied ich war noch mal Rüstungsschmied äh hab ich viele Truppen nicht Bogen schützen oh das war überhaupt nicht geplant was bringt dir das wenn du mir rein hast hab ich gar nicht ich hab grad nichts gemacht ich wurde grad grad verklickt ey Steine wer will Steine auch keine Steine die 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 heils verholen er hat erlaubt die ganze Zeit Tobias ist der Beste doch die Leute bis zu Tod bis zu Tod Da steht Nein, was? Nein! Meuchelmörderattacke! Junge, guck mal, der hat sich umfünft. Er hat sich umfasst. Tobi ist blutig angesprochen. Wie willst du das denn? Ja? Wer ist noch? Wie ist noch? Was ist noch? Was ist noch? Hier? Meist du das hier? Ja. Okay, Moment, ich muss kurz die Ansicht wechseln. Aber wo die Obstfelder? Ja, ja, jetzt muss ich mich wieder orientieren, wo bin ich denn? Ach, ich weiß nicht. Hier ist Shell Redfield, da ist Timo Toys. Da? Da? Ne. Da, warte. Da, da. Gut, dass ich da auch nicht hinkomme, ist gut. Für mehrere. Da kannst du nur Soldaten bauen, sag ich jetzt mal. Man braucht Waffen dafür. Und in welcher Ansicht ist jetzt die Richtige? Ist das die Richtige? Nein, ist nicht. Ah, das ist die Richtige. Oder? Ne. Ist das die Richtige? Ne. Das? Nein. Das! Ah! Ja. Oh, shit. Wir werden überfallen. Oh, shit. Wir werden überfallen! Geil! Ist er eh tot. Ja, gut. Ja, das ist nur ein paar Rücken, dann du ja nicht. Welchen Weg sei er! Ja, mach ich gerade so da jetzt. Äh, wie geht immer angreifen? Hä? Darum geht das nicht? Hä? Kommt dran! Äh. Hä? Ich hab die Tore auch nicht zugemacht! Boah, ich bin so scheiße in dem Game, ich glaub ich wär trotzdem sterben, obwohl ich das nicht durfte. Ja, hört's aus. Ich lasse an. Hä, was machen die denn da? Warum gehen die zu Timp? Ja, weil dein einen Store zu ist. Wow. Hä, das ist offen! Das ist wirklich offen! Doch, guck doch! Offen. Oh. Das war eben zu zu mir. Wow, gehen die jetzt? Sie gehen da im März alle außen rum. Hahaha. Pass auf. Sprecherstimme. Guck mal meine. Ja, meine sind da und wir sind eh schon fast alle tot. Geil. Ey, der wollte mich verarschen. Geht jetzt alle um die rum. Wow. Wir sind alle tot. Krass. Richtig gelohnt. Was? Oh shit. Angreifen. Wow. Zäh, guck mal aus rü ever. Richtig Schaden machen! Alter, jetzt kannst du ja einen richtig Schaden machen. Gratts ass ass Bull! Angriff! Er hat gerade seitens die Hälfte deiner Fotoschützen rausgeflicken, und dann steht da mit den Reißern und die Reißern. Ja! Ja, und oder mir. Hoffentlich. Alter, die sterben alle von mir! Alle tot. Loll, Leo und alle sind gestorben. Wow, jetzt bin ich der fünftbeste Herrscher. Wow, bei fünf Leuten. Das ist echt eine krasse Leistung. Was? Das wird nach euch. Das ist so. Wow, ich werde hier auch gerade angegriffen. Ja, ich weiß. Ja! Die wurden ja auch alle getötet schon ein bisschen. Ein bisschen viel. Boah, ne. Nicht aufmachen. Ne. Oder doch, doch, doch. Ich bin gleich tot. Gigi. Bis gleich. Niedergeschlagen. Tim. Ich hab keine Hoppen. Ich hab keine Hoppen hier. Ich hab keine Hoppen. Ich hab keine Hoppen. Vielleicht mach ich irgendwas grundlegendes eh falsch, aber trotzdem. Eure Befehle? Pfeile bereit! jawohl. Vedra, das ist ja grieb während der Hände. Eure Очень. Wie... Siet also nicht colour aus. Voraheras zu tragen. Ja, oh. ago. K Boss Pop. не Coutron. Ich hab die hookraben an dem Weg, zweckraben wird. Ich? Ja, ich wahrscheinlich. Ja, aber ich bin eh gleich... Habe ich überhaupt noch Truppen? Hallo, ich steh zu dir! Es werden Waffen-Venierkatz auf uns zählen! Oh, dein Arm ist tot! Lädd ich ihm auf, ne? Denk dran. Nur so. Ja, ich schaff das nicht. Oh, ne! Was? Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch aufnehmen will. Ich möchte nicht aufnehmen, wenn die hier sind. Ich kann mich jetzt nicht annehmen. Was? Der ist so, Alter! Jetzt mal wirklich, Lennart! Der ist so! Und tot! Tschüss! 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 Tschüss!